Was geht ab, Leute? Euer Fraps ist hier heute mit einem neuen Video. Heute in dem Video schauen wir uns den Shop-Video, das Shop-Video vom 10.10.2020 an. Gestern kam Skull Trooper, Skull Ranger rein oder irgendwie sowas in die Richtung. Und ja, mal schauen, was heute reinkommt. Es würde mich freuen, wenn ihr den Bankravo-Game-Mod euch abcheckt. Link unten in der Videobeschreibung, da kommt ihr zu meinem Partner. Es gibt nicht mehr viele Codes. Was kommt heute in den Shop? Let's to them go... Wow. Ähm, hallo? Ähm, ha. Digga, was das denn jetzt? Aus dem Nix, oder was? Naja, nichtsdestotrotz, Freunde, kurz zu der ganz rechten Seite. Da sind auf jeden Fall noch die Halloween-Sachen drin. Auch der Skull Trooper, Schädelrangerin, oder wie die heißt, oder Skullrangerin, Schädelrangerin, genau so. Und, ähm, ja, also, wenn ihr Bock habt, schlagt da auf jeden Fall zu. Kommen wir aber jetzt zur rechten Seite. Dynamo, 23 Tage war die nicht drin gewesen. 28 Mal insgesamt im Shop. Markimeisterin, einer meiner Lieblings-Skins. Äh, feiere ich auf jeden Fall so, wie die aussieht. War zuletzt vor 37 Tagen drin gewesen. 19 Mal im Shop. Schwarze Version ist okay, muss aber nicht sein. Dann haben wir hier, setze ich doch, 27 Tage lang nicht drin gehabt. 15 Mal insgesamt im Shop. Dann haben wir hier Schere, schnell und Papier. Zuletzt vor 25 Tagen drin gewesen. 22 Mal im Shop. Dann geht es auch schon weiter zu der Lackierung hier oben. Ist in Ordnung, sage ich euch, wie es ist. Ist jetzt nicht so, so die beste Lackierung, meiner Meinung nach. Aber kann man machen. War zuletzt vor 25 Tagen drin gewesen. Und zweimal im Shop. Dann haben wir hier unten nochmal einfach einhändig. Zuletzt vor 34 Tagen drin gewesen. Und 15 Mal im Shop. Kommen wir nun zu der linken Seite. Hier haben wir ein paar interessante Sachen am Start. Einfach Sternenstab ist hier. Also wirklich Solo. Ohne nix. Zuletzt vor 23 Tagen drin gewesen. 21 Mal im Shop. Dann haben wir hier Kamerazin-Spitzhacke. Plus, wir haben hier die Rote Ritterin. Kann man machen, Freunde. Sag ich euch, wie es ist. Zuletzt vor 33 Tagen drin gewesen. Um 25 Mal im Shop. Dann haben wir hier Blasenkommando. Plus, den Soldaten-Fischstäbchen-Skin. War zuletzt vor 37 Tagen drin gewesen. Neunmal im Shop. Feiere ich. Dann kommen wir heute zum Highlight. Und zwar haben wir hier, ja, Recon-Expert. Aus dem nix wieder zurück. Finde ich ehrlich gesagt schade. Weil da davor war es vor 1000 Tagen im Shop gewesen. Wenn wir es von heute abschätzen. Und dann war es zuletzt vor 136 Tagen drin gewesen. Und heute ist das Ganze wieder zurück. Kann sein, dass es so eine kleine Halloween-Geschichte ist. Aber, ich weiß nicht. Ich glaube nicht. Also, es hat ja nichts mit Halloween zu tun. War aber insgesamt 5 Mal im Shop. Ist trotzdem selten. Müsst ihr wissen, ob ihr da Bock drauf habt oder nicht. Ich würde jetzt sagen, Freunde. Dass wir in den Ready-Die-Welt-Modus switchen. Und uns dann dort nochmal umschauen. Im Lama-Shop, meine Freunde. Ist das allerlei Lama. Für 1500 V-Bucks lohnt sich auf jeden Fall in diesem Sinne nicht. Hier ist die Totengräber jetzt am Start. Ich denke mal, dass es auf jeden Fall sehr nice ist. Für die Leute, die die Welt zocken. Ihr wisst, ist selten. War aber letztes Jahr auch schon mal drin. Aber trotzdem würde ich euch empfehlen. Wenn ihr noch das Ganze nicht besitzt. Jetzt würde ich aber sagen, Freunde. Genug dazu. Wir gehen jetzt auf entspannt. Ja, einfach ins Hauptmenü. Wie immer. Ich verabschiede mich dann so an der Stelle. Freunde, lasst einen Daumen. Da vergesst nicht zu abonnieren. Die Glocke zu aktivieren. Wir hören uns dann soweit im nächsten Video. Haut rein. Geht mit dem Flow. Euer Fraps. Und ciao. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.